Das ist, was wir hier für die Kinder haben. Wobei wir letztes Jahr, wo wir unsere drei Tenöre hatten, dann auch hier nochmal ein Event gemacht haben. Dann standen die da so oben in den Balkons drin, mit super Beleuchtung und so. Darf ich dich hier mal mit aufnehmen, Kerstin? Ja. Warte mal, dass ich dein Namensschild habe. Hier können sie bei Kerstin, sie ist die Entertainment Managerin von Salasol. Ah, okay. Hier könnt ihr bei allen Fragen, könnt ihr an mir gehen, wenn ihr irgendwas wissen wollt. Sie spricht perfekt Deutsch. Ich bin Deutsche. Sie ist Deutsche und lebt, wie lange bist du hier? 24 Jahre. 24 Jahre, schön. 24 Jahre. Super.